Beim Fettcup kommt es am heutigen Tag zur Entscheidung zwischen Deutschland und Weißrussland. Wo ihr den Fettcup im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Nach zwei Partien führt das Team aus Weißrussland mit 2 zu 0 und hat im nächsten Spiel damit schon Matchball zum Einzug ins Halbfinale. Die erste Partie findet am heutigen Sonntag um 11 Uhr statt. Tatjana Maria tritt gegen Arina Sabalenka an. Bei einem Sieg der Deutschen könnte noch Andrea Petkovic auf Aliaksandra Sasnovic treffen. Als Abschluss würden Laura Siegemund und Annalena Grönefeld gegen Viktoria Asaenka und Ligia Marosawa spielen. Deutschland gegen Weißrussland heute live im TV, Livestream und Livestick hatten zweiten Tag des Fettcups könnt ihr live auf der ZN verfolgen. Um 11 Uhr startet die Übertragung mit folgendem Personal. Kommentator Oliver Fassnacht Experte Benni Ebrahim Sadeh neben Tennis gibt es bei DAZN auch die Champions League, Europa League, Premier League, Serie, Liga eine primäre Division sowie weitere Top-Ligen im Angebot. Für nur 9,99 Euro im Monat kommen auch Fans des US-Sports, Darts, Boxen sowie weitere Sportarten auf ihre Kosten. Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge Deutschland gegen Weißrussland umsonst, außerdem könnt ihr den Tennis-Tag im Live-Ticker von Spox verfolgen. Punkt. Fettcup, Deutschland gegen Weißrussland, die Partien im Überblick Deutschland-Weißrussland-Ergebnis Tatjana Maria Lijaksandra Sasnovic 6 zu 7, 3 zu 6, Andrea Petkovic, Arina Sabalenka 2 zu 6, 1 zu 6, Tatjana Maria Lijaksandra Sasnovic, Laura Siegemund, Annalena Grönefeld, Viktoria Asaenka, Ligia Marosawa Musik